Fahrt mit der U3, U4 und die Hafencity. Herzlich Willkommen in meinem Film. Nächster Halt Monsburg. Der Film beginnt auf der ältesten Regenlinie der U3. Diese gibt es seit 1912 eröffnet, also fast wie über 100 Jahre bzw. 101 Jahre alt. Hier gehöre ich hin, hier wo ich geboren bin. Wo ich spielte schon mit, in den Straßen, die man zu Hause sind. Ich führe sie heute um die Hafencity. Im Berliner Tor steigen wir um. Das ist die neuste Linie, die bis zur Universität Hafencity. Die Fälle ist mein Klo. Mein Hammer und Liebepferd. Sind die Zeiten auf uns schwer. Weiß ich doch, hier gehöre ich hin. Hier sollen die Hafencity und die Speicherstadt entstehen. Wo ich spielte schon als Geld. In den Straßen, die mein Zuhause sind. Die neue Hafencity ist in den Fleten bzw. Kai-Erlagen gebaut. Sie sehen jetzt den Cruise-Center, wo die großen Kreuzfahrtschiffe, die die Fliegerie 2 und so weiter anlegen. Die Fliegerie 2 und so weiter anlegen. Wo ich mir geschoh als Kind, bin ich schmerzend, wie mein Zuhause fährt. Ich kann schon abschneiden, ich kann noch mehr. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, der Abschied tat mir weh. Doch wenn ich von der Autobahn die Köder am Brückensee, den Michel und den Fernsehturm, dann will ich nie mehr grä. Ein Hamburg-Liebesteer, sind die Zeiten aller schwer, weiß ich gar nicht, hier gehör ich her. Die Elb-Pyromanie wird weitergebaut, und wir gehen weiter. Wohl spielt es schon als Kind, mit den Chancen, die mein Zuhause sind. Mein Hamburg-Liebesteer, sind die Zeiten auch noch schwer, weiß ich doch, hier gehör ich her. Hier wo ich geboren bin, wohl spielt es schon als Kind, die mein Zuhause sind. Die alten Speicher, sieht man noch so in den Originalfürstatt wie sie sind, frisch renoviert. Die alten Speicher, sind die Zeiten auch noch schwer, weiß ich gar nicht, hier gehör ich her. Hier wo ich geboren bin, wohl spielt es schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause sind. Hier wo ich geboren bin, mein Hamburg-Liebesteer, sind die Zeiten auch noch schwer, weiß ich gar nicht, hier gehör ich her. Der Kurzfilm geht zur Neige zu Ende, mit dem Blick auf die Raffenspeicher. Und spielt es schon als Kind, mit den Straßen, die mein Zuhause sind. going zum nächsten Mal.